Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Moin, ich bin Beri, ihr schaut Bremen Next und unseren heutigen Künstler brauche ich euch nicht vorstellen, denn wir haben es mit einer von Deutschlands Rap-Legenden zu tun. Afrok, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Danke für die nette Introduction. Was hat dir Inspiration für dein neues Album gegeben? Ich wollte mich jetzt nicht so verabschieden. Ich habe gedacht, ich mache jetzt noch ein ordentliches Album und die Motivation war eigentlich, das so hinzukriegen. Heutzutage im Deutschrap ist er überschwemmt mit guter, aber auch fast mit mehr schlechter Musik. Was meinst du, woran das liegt? Weißt du, Hip-Hop erlaubt das auch. Das ist das Besondere an der Musik, dass du dich da einbringen darfst und die Musik so interpretieren kannst, wie du möchtest. Ich bin einer von denen, die glauben, dass das die Sache auch am Leben hält. Diese Unterhaltungsbranche ist nicht gerecht. Nur weil man was kann, heißt nicht, dass man automatisch Erfolg hat. Das ist also der Irrglaube von vielen Leuten. Manche glauben auch nur, weil sie ein hartes Leben gehabt haben, haben sie einen Anspruch auf Erfolg. Was meinst du, woran das liegt? Gerade viele Jugendliche mit Migrationshintergrund sind ja dabei, scheiß auf Schule, ich rapp jetzt und erzähle über mein hartes Leben. Meinst du, das ist der richtige Weg? Die Quote von den Leuten, die das schaffen, die ist sehr kippt. Und das klingt immer so negativ. Weil es ist eigentlich eine tolle Sache, Musik machen oder irgendwie künstlerisch tätig sein. Das macht Spaß, ob jetzt Theater, Schauspielerei oder so. Das ist einfach. Und für manche ist das eine Erfüllung. Aber leider muss man damit auch irgendwie Geld verdienen. Und da fehlt es manchen Leuten nicht an Begabung, meistens an Cleverness. Okay. Ich erinnere mich jetzt. Ich war schon mal hier. Yeah. Ja, die Zeit ist reich. Zu hoch hören wir den gleichen Scheiß. Viele Worte so genannte Nigger, da draußen sind Kreidebleich. Man kann nicht oft genug sagen, dass ihr leise seid. Wenn es um dieses Wort geht, und ihr weiße seid, ey. Wie viel Hip-Hop kann das Land dann auch vertragen? Es ist so falsch gekommen, dass sogar weiße Nigger sagen. Alter, bitte schau dich an, hab Respekt vor meinem Bruder. Kannst dich ignorieren oder steht da auch nicht rüber. Was wäre, wenn du jetzt ein Lehrer wärst, ja? Was wären die Unterrichtshöcher, die du deinen Schülern beibringen würdest, weil du einfach Erfolg hast im Rap? Ich wäre kein guter Lehrer, glaube ich. Weil ich glaube, ich würde das Leben der Kinder auf den Kopf stellen. Und die würden dann nach Hause gehen und sagen, mein Lehrer sagt, Jesus war schwarz. Oder so. Checker mal das Weg, heißt Web auf ein Niveau. Ich tag's einfach drauf los, ich treff und mach es froh. Ich setz da drauf, echter Lauf, ich zieh mich hoch. Ich erhobe an die Nation, das ist mein Versprechen. Ich hab gedacht, das Leben wäre eine Party. Danke, danke, danke. Ich rate auf jeden Fall jedem Jugendlichen, Abitur schadet keinem. Okay. Ja. Vielleicht in Bremen, äh, kann schon sein, ja? Die Abiturienten aus Bremen dürfen in Baden-Württemberg nochmal zwei Jahre zur Schule gehen, weißt du? Ist halt dumm, wenn man die Standards senken möchte, weil man glaubt, dass man ein paar Kanappen damit irgendwie helfen tut. Ja, ist doch so. Ja. Ich bin, ey, ich bin in Lügen. Ganz kurz. Weil man glaubt, dass die Ausländer zu blöd sind, weißt du, für ein Abitur, weißt du. Und deshalb die Standards senken, tut mir leid. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wo sind meine Hip-Hop-Fans heute ab? Der neue Afrop oder lieber der alte Afrop? Äh, es spielt überhaupt keine Rolle. Afrop halt. Ja, damit bin ich groß geworden. Afrop und Ferris MC. Welcher Track von Afrop ist so dein Track? Ich glaub, das ist ne einfache Frage, oder? Weiß ich nicht. 90% der Leute sagen Reimemonster. Ja, Reimemonster. Aber du gehörst zu den 10%, die sagen... Rolle mit Hip-Hop. Ich hab hier mega die Atmo am Start. Willst du mal Play drücken? Das hört sich super an, der Sound. Ja, klingt super. Das klingt auch gut. Aber war es jetzt nicht mal wieder ein bisschen schmackhaft, den auf so einem Sound zu hören? Also schön, dass ich auf jeden Fall ein jünger Mensch bin. Das hör ich sofort. Und... Der ist auch ne gute Nummer. Ich hab das ja mit Ferris gemacht, der ist aus Bremen. Ja, und... Yes! Ich war früher großer FAB-Fan. Und äh... Ja, so... Und ich wollte ihn unbedingt für diesen Song haben. Was meinst du? Warum hat der Track so viel Erfolg gehabt? Das werde ich natürlich nicht verraten. Ja. Also das ist kein Zufall gewesen. Thank you very much. Willst du noch was sagen zum Abschieds? Jetzt nochmal so rauszoomen und so. Schönen guten Abend meine Damen und Herren. Ich hab das verdammt gehör'n. Wir haben das verdammt gehör'n. Wir haben das verdammt gehör'n.